so kaputt war Knochenregner sind zwei ok das erklärt einiges komm stirb so ja ne viel zu viele Schläge für den ne und kaputt nein achso es sind mehr als sechs drei, sechs und acht ok alles gut gib mir bitte einen Paladin bitte bitte einen Paladin das heißt ein Paladin großer Paladin das ist sehr schön weil groß heißt warte mal nehmen wir noch ein Meer na na groß heißt unser Schwert ist größer und wir sehen jetzt noch träger aus als der Bewahr eben oh ja wir sind ein Paladin wir sind groß alles gut das heißt es dürften wieder 20.000 rumkommen wenn wir uns gut anstellen zing 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 komm hoch sauber 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 ähm auf Okay, das ist jetzt nicht so schön. Raus, 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 raus. Das ist einfach nur ein tödlicher Raum. Au. Au, 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 au. Es sind zwei davon. Ja, okay. Au, au, au. Das war ein absolut tödlicher Raum. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir sind gleich tot, lebenspunkttechnisch. Doch, das geht, warte. So. Okay. Ich muss echt nur die Geduld haben. So, 8000. Alles gut. Weg, 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 weg. So, und jetzt langsam irgendwie Lebenspunkte bekommen. Au, nicht so. So, zum Beispiel. Oder einfach Glück haben. Spiel, gib mir Hühnchen. Nicht die Zwangshühnchen, die zählen nicht. Hier irgendwo. Nö. Hier? Nö. Oh, euch kriege ich. Jedenfalls ein paar von euch. Den da oben leider nicht. Schade. Aber ja, wir haben ein paar Lebenspunkte. Das erste Leben war irgendwie immer noch am besten. Aber da war ich wahrscheinlich noch voll in Stimmung und so. Von dem Boss, okay. Oh, du schießt schräg, ne? Ja, tust du. Geh weg. Du war kleiner. Au. Und 22.000. Doch, langsam kommen wir in die 25.000-Ecke. Aber halt nur langsam. Okay, ganz weit rechts. War da irgendwas im Weg? Ja. Nerviger Raum war da im Weg. Der hier nehme ich. Äh. Ja. Ist definitiv eine Herausforderung. Aber besser als letztes Mal. Also Archmage. Also besser als letztes Mal. Ne? Nicht letztes Mal. So. 22.000. Dafür hätten wir gerne. Mehr Leben. Und mehr Gewicht für etwaige andere Rüstung. So. Spring. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist. Also ja, wir werden jetzt schön wieder grinden. Wie man es am Anfang immer machen muss. Um stärker zu werden. Damit man länger am Stück spielen kann. Und dann mehr Gold bekommt. Und so weiter und so weiter. Aber. Wir werden jetzt auch die letzten Ausrüstungsgegenstände freischalten können. Also die beste Chestplate und die beste Cape und was auch immer. Das wird auch mal einen Unterschied machen. Ist nur die Frage, wie viel. Oh. 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 So. Puschel Puschel. Sieht aber richtig gut aus bisher. Verklappt, meine ich, hat er bis eben geschlafen. Äh. Guck mal da. Und damit ist der Glücksträning vorbei. Dein doofen Loom war es. Genau du. So. Gefahr, gefahr. Gefahr. Du bist doof, Skelett. So. Nummer eins. Ist ii. Ja, ich schrei auch immer ii, wenn ich mit Knochen beworfen werde. Okay. Boah. Komm schon. So. Ah. Ja. Es scheint momentan primär darauf anzukommen, was für Räume wir bekommen. So mehr denn je. So. Oh. Und ich werde ungeduldig. Das ist kein gutes Zeichen. Also ich brauche definitiv gleich einen Cut. Und ein Käffchen. Aber wenn man es zu lange am Stück spielt, dann gehen die Reflexe doch ein wenig flöten. So. 11.000. Hähnchen? Nein. Hähnchen? Nein. Oh. So. Okay. Das Ding da ist böse. Ich hätte einfach warten können. Geht's kaputt. Oh. Spawnen die hier, die Stacheldinger? Oder wie? Komisch. Na gut. Weg, 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 weg. Wir halten nur noch ein bis zwei Treffer aus. Genau. Oh. Da nach oben. Hähnchen? Nein. Oben, oben, oben. Oh. Boss. Das geht richtig gut mit dem Schild. Sauber. Spring. Dark Chestplate. Die wird immer sein. Das habe ich im Gefühl. Au. Und gleich bin ich tot. Schild an. Jetzt bin ich tot. So, jetzt. Ich wollte eigentlich einen Cut machen. Aber ich will gucken, was die Dark Chestplate macht. Ähm. Spellsword? Nein. Spellsword? Nein. Baba macht so wenig Schaden. Hoka gemacht viel Schaden, aber hält nichts aus. Und einen Mini-Paladin. Den nehmen wir. So, Mini-Paladin. Dann kommst du gleich. Dann guck doch mal, was die Chestplate macht. So. Sie macht. Mehr Lebenspunkte. Viel weniger Rüstung. Vampirismus, Siffen und Airdash. Nö. Nö, 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 nö. So viel weniger Rüstung, das geht nicht. Das heißt, wir haben jetzt schon die beste Rüstung für das, was wir gerne hätten. Nämlich wenig Schaden. Das ist schade. Okay. Was haben wir da? Slayer Cape. Crit Chance, Crit Damage. 50 Damage Return. Was haben wir noch? Ja, 4% Crit Chance, 15 Crit Chance. Äh, Crit Damage. Das ist genau das gleiche. Und dass das hier noch viel mehr wiegt, viel mehr kostet und 50 Damage Return hat. Ja, ich glaube, bei der Ausrüstung gibt es nicht mehr so viel rauszuholen. Das kommt jetzt also doch auf Skill an und das hier alles auf Max bringen. Äh, aber gut. 1, 2. Mana. So. Mini Paladin bringen mindestens 10.000 nach Hause. Das ist unser Minimum für jeden Helden. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden sie entehrt und aus der Familiendynastie rausgeschmissen. Oder so ähnlich. So. Schwing. Ich pinkel dir ans Bein. Oh oh. Komm schon. Komm schon. Oh. Jais. Weih, noch irgendwo so ein... Genau. Puschelwusche. Uh. Uh. Keine schöne Ecke hier. Erstmal die Augen, ne? Au. So. Jetzt aber die Augen. Okay. Dich und dann die Augen. So. Wo ist Auge Nummer 2? Da ist Auge Nummer 2. Au. I. So. Da ist schon irgendwo ein Hühnchen. Oh. Du haust dreimal und schießt danach. Das ist ja auch übel. Okay. Yeah. Yeah. Äh. Au. 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 Ich kann auch durchgehend mein Schild oben halten. Das ist mir vollkommen wane. So. Sehr schön. Kommst du langsam an den 10.000. Das trotz dieser grastigen Räume. Oh. I. So. 8.000. Ich sollte auch ein Auge offen halten für diese... ...Zwergen-Secret-Dinger. Ja. Au. So. Kaputt. Au. Au. Ich wollte eigentlich mein Schild... Oh. Eben. So. Du. Schneeball-Schmeißer. I. Vier Schläge. So. Wo bist du? Da bist du. Komm her. Au. So war das nicht geplant. Aha. Erwischt. Und keinen Schaden gemacht. So. 12.000. Oh. Ein weißer Wolf. Ein weißer Wolf. Den will ich einfach nur für die Kill-Liste haben. Weil der ja doch recht selten ist. So. Okay. Karte sagt... ...Oben links geht's weiter. Schwoing. Schwoing. Und schwoing. Na. Doof ist Dachin. Au. Du bist ja ein... Na. Du was. Du auch. Nein. Aber dich ignoriere ich. Okay. Nein. Hä? Na gut. Er hat seinen Soll erfüllt. Und er hat einen weißen Wolf umgebracht. Der darf in der Arnengenerie bleiben. Aber ja. Jetzt erstmal ein Cut. Ich hab genug gespielt. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Aber. zinhofalt ja.